Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe ja letztens in einem Unboxing den White von M. Rosenfeld vorgestellt und heute wollen wir mal gucken, ob das Ding auch was taugt und das Ganze mal ein bisschen mit dem Ding hier vergleichen in einem Upgradeform, weil sie sehen sich relativ ähnlich, deswegen ist der Vergleich, denke ich mal, unumgänglich. Sollte euch das Video gefallen, gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da lassen, jetzt viel Spaß beim Video. So Leute, ich würde sagen, ich blende euch direkt mal den Kopfbau ein und meinen kleinen Vergleich, wo ich die zwei Köpfe nochmal nebeneinander habe. Als erstes gucken wir uns die Köpfe aber mal schön aus der Nähe an und was mir beim Unboxing gar nicht so aufgefallen ist, ich dachte, die wären farblich identisch. Wenn man die nebeneinander sieht, dann sieht allerdings jeder, die sind definitiv farblich nicht identisch und was man auch sieht, ist, dass der von M. Rosenfeld ein kleines bisschen breitere Wände hat und dass er allgemein so ein kleines bisschen größer ist. Also man sieht schon einen deutlichen Größenunterschied. Vom Depot her und von den Löcheranordnungen her, der M. Rosenfeld hat die Löcher deutlich weiter in der Mitte, der Upgradeform hat die äußeren Löcher komplett am Rand und er hat auch einen viel, viel steileren Rand. Also das sieht man schon sehr, sehr deutlich. Es fühlen, also vom Feeling her sind sie relativ ähnlich. Es ist so, ja, wie soll man das beschreiben, eine sehr, sehr glatte Tonoberfläche, die sich aber irgendwie trotzdem sehr besonders anfühlt. Er fühlt sich schon ein bisschen anders an. Also beim Unboxing wirklich ist es mir teilweise gar nicht so aufgefallen. Nur so von meiner Erinnerung her dachte ich, okay, der kommt schon sehr, sehr nah ran. Aber der Upgradeform war nochmal schon was deutlich, deutlich anderes. Vom Depot her, ich schätze, er wirkt ein bisschen größer, weil der Rand hier oben so wegläuft. Der ist relativ gerade, aber ich schätze nicht, also die geben sich auf jeden Fall nicht viel. Also macht keinen riesigen Unterschied, welchen von den beiden Köpfen wir hier nehmen vom Tabakdepot her. Sehr, sehr ähnlich. Dadurch, dass der halt hier die etwas dickere Wand hat oder so, wirkt das alles ein bisschen größer. Aber so ein Riesenunterschied ist es nicht. Leute, ich würde sagen, wir labern nicht weiter rum. Wir nehmen uns mal den hier, den schneeweißen Kopf, packen da, ja, hat gut geklappt, packen da mal ein Sieb rein. Oh, das passt gar nicht so gut. Oh, das ist mir eigentlich zu, das wäre mir eigentlich zu hoch hier. Ich glaube, dann nehmen wir kein Sieb. Dann nehmen wir wohl kein Sieb. Also diese Einlegsiebe scheinen ein bisschen zu groß zu sein. Ich kann das wohl, wenn wir es so ein bisschen reindrücken, so. Ja, okay. Wir probieren es mal mit Sieb, weil den Upgradeform würde ich ja auch mit Sieb rauchen. Und es soll ja ein Vergleich werden von den beiden. Dadurch, dass sie sich halt schon so ein bisschen ähnlich sind, ja, werde ich die schon miteinander vergleichen. So, wir rauchen natürlich Darkseid. Aber wir rauchen nicht nur Darkseid. Hier habe ich einmal den Lemon Blast stehen. Ich sehe den ganz knapp oben am Rand stehen. Sondern ich habe auch noch den Supernova hier. Und ich habe auch noch den Starline Ruby Forest. Ich mische nämlich sehr, sehr gerne Starline mit Darkseid. Funktioniert immer hervorragend, finde ich. Ich schnappe mir dann immer erstmal hier meine Wanne Tabak. Rühre das ein bisschen um. Ihr seht schon, der ist sehr, sehr feucht. Also solltet ihr auf jeden Fall irgendwie was Molassenfängermäßiges drunter packen. Und dann kommt der Tabak einfach da rein. Was ich schon mal, das war mir ein bisschen zu viel. Was ich schon mal sagen kann. Ich glaube, in dem Kopf hier muss auf jeden Fall mehr als in den Busco Rims hier. Auch wenn der Busco Rims ja erstmal deutlich größer aussieht. Glaube ich, dass in den deutlich mehr rein muss. So, wir machen mal so 50% gefühlt von dem Ruby Rush Starline. Dann machen wir nochmal ordentlich was von Lemon Blast rein. Und was bei mir fast nie fehlen darf, außer es ist cremig. Ein kleiner Hauch Supernova. Es muss nicht viel sein, aber so ein kleines bisschen packe ich da gerne mit dran. Da muss ich mal alles auseinanderräumen. So, was ich dann mache, wenn ich Starline und Darkseid rauche, dann mische ich das sehr, sehr gerne. Weil ihr seht ja schon, dass die von der Feuchtigkeit her und von der Farbe her doch noch ein bisschen unterschiedlich sind. Damit sich das schön gleichmäßig verhält, mische ich das Ganze dann nochmal. Ihr wisst ja, Darkseid immer schön fluffig halten, solange es geht. Beim Mischen passiert das manchmal ein bisschen, dass das so ein bisschen verklumpt. Dann versuche ich das immer nochmal hier so ein bisschen aufzulockern und so. Und was auch ganz wichtig ist bei Darkseid, ihr wisst ja, Abstand zur Smokebox ist da meine Devise. Es gibt ein paar Leute, die rauchen den mit Kontakt. Finde ich aber nicht so angenehm. Ich finde, der Geschmack kommt da nicht so geil rüber. Die Grundtabaknot wird dann langsam sehr, sehr stark. Er wird schnell kratzig. Er wird schnell sehr, sehr nikotinintensiv. Und deswegen mag ich das einfach nicht so. So, was ihr schon seht, bei diesen Köpfen oben der Rand. Das sieht natürlich alles andere als lecker aus. Und auch wenn ihr ein bisschen Molasse an den Fingern habt oder so und das dann außen versaut. Das ist nicht so hübsch bei hellen Köpfen. Aber so ist das halt. So, ich denke, so sind wir gewappnet. Wir schmeißen uns mal schnell Kohle auf den Grill. Und sobald die an ist, sehen wir uns dann wieder. So Leute, die Kohlen sind drin. Und ihr habt es ja letztens gesehen, ich habe mir das Ding auf Amazon bestellt. Und ich will den heute mal mit diesem Kopf hier vergleichen, dem Upgrade-Form. Sie sehen sich ja schon relativ ähnlich. Und deswegen dachte ich mir, gut, dann ist da ein Vergleich wahrscheinlich das Richtige. Deswegen kommt das jetzt heute und wir testen das Ganze zusammen. Aber das Ding gibt es einfach auf Amazon für 9 Euro inklusive Prime. Affiliate-Link unten in der Beschreibung. Falls ihr uns unterstützen wollt, wäre das korrekt, wenn ihr da drauf geht. Aber ist kein Muss, ne? Für 9 Euro kriegt ihr das Ding mit einem Einlegsieb, mit einer Kopfdichtung und mit so einer Art, wie von einem Kamin. Dieses Sieb hat man dabei, nur ohne, dass ein Kamin in die Mitte passt. Irgendwie komisch. Aber so ist es. Ja, das Ding ist dabei. Für 9 Euro kriegt ihr den Kopf. Und die Frage ist natürlich, okay, wenn ich den einfach über Amazon bestellen kann und den nur 9 Euro kostet und Versandkosten frei ist, weil Prime und so. Und den Upgrade kriege ich fast nirgendwo. Nehme ich den. Und das wollen wir heute beantworten. Deswegen, Kohlen sind jetzt drinnen. Wir warten ein bisschen, bis die Smokebox heiße. Ich würde sagen, ich melde mich, sobald es News gibt, mit dem Kopf. Ich zeige euch jetzt aber mal noch den ersten Zug. Wir gucken mal. Ich denke, da wird noch nicht viel kommen. Da wird noch nichts warm sein. Aber wir schauen mal. Ja, also ja. Da kommt noch nichts. Aber das ist ja auch keine Überraschung. Dadurch, dass das Ganze auf Abstand gebaut ist, dauert das ein paar Minuten, bis das Ganze erhitzt. Ich würde sagen, ich rauche das Ding ein bisschen an und ich melde mich gleich, wenn sich da irgendwas tut. So, Leute. Kurzer Zwischenstand. Ich habe das Ganze jetzt ziemlich angeraucht. Also hat langsam so seine Temperatur. Ich werde jetzt aber trotzdem noch mal ein bisschen rauchen. Ihr könnt euch das Ganze mal kurz in der Zeitraffer anschauen. Und dann sage ich noch ein paar Worte dazu. Und dann melde ich mich später noch mal, wenn der Kopf fast durch ist. Das ist ja wirklich mein erster Eindruck. Das ist auch der erste Kopf, den ich in dem Ding rauche. Also seid ihr da auf jeden Fall live dabei. Und ich mache mir jetzt erstmal im Zeitraffer ein paar Gedanken und dann quatschen wir gleich nochmal. Aber rauchmäßig seht ihr es ja schon. Und auch am Bollwasser sieht man es schon ganz gut. Das Köpfchen ist mittlerweile an. Die Molasse läuft schön. Die Pfeife runter. Wie das halt bei Darkside so ist. Ich hätte definitiv noch einen Molassefänger draufpacken sollen. Aber ja, nicht dran gedacht in der Drehvorbereitung. Rauchwolken seht ihr nebenbei. Schon kann man sich nicht beschweren. Es drückt nicht. Es kratzt nicht. Sehr geschmacksintensiv. Ich würde sogar fast sagen, ein kleines bisschen intensiver als im Vusco Rimsia. Der Vusco Rimsia ist ungefähr der angenehmste Kopf, den ich für Darkside kenne. Also so authentisch, so leicht, wie das da rüberkommt, passiert das in keinem anderen Kopf. In dem UPG, also in dem hier, mit dem ich den Kopf ja auch heute vergleichen möchte, ist das sehr, sehr ähnlich. Der ist auch krass intensiv, aber ist die ganze Zeit so an der Kante, wo man denkt so, okay, noch einen Ticken mehr und dann wäre es zu viel. Also es ist genauso an der Kante. Eigentlich genauso, wie man es haben will. Aber mit dem Vusco Rimsia bin ich halt immer so, das läuft immer safe. Immer. Es ist so absolut kein Problem, mit diesem Kopf Darkside zu rauchen. Deswegen ist es mein Lieblingskopf für Darkside. Aber der bis jetzt, erster Eindruck, sehr, sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie sich es weiterhin verhält. Ich glaube, ich werde gleich die Kohle, die da oben auf Kipp drauf ist, noch runternehmen. Ansonsten könnte das ein bisschen viel werden. Aber ja, wir quatschen auf jeden Fall gleich wieder. Ich mache mir noch ein paar Gedanken. So Leute, das Ganze läuft jetzt eine gute halbe Stunde und deswegen gibt es jetzt den nächsten Eindruck dazu. Mittlerweile habe ich die eine Kohle noch runtergenommen. Das heißt, ich rauche jetzt nicht mehr mit zweieinhalb Kohlen, sondern nur noch mit zwei im Lotus. Reicht aber absolut vollkommen. Was kann ich sagen, wie ist dieser Kopf im Vergleich zum UPG? Und ich muss sagen, er verhält sich extrem ähnlich. Man muss natürlich noch ein paar Wörtchen darüber verlieren, wer hatte die Idee zuerst. Also ich kannte den UPG auf jeden Fall als erstes und dann habe ich den von M. Rosenfeld kennengelernt. Ich weiß nicht, wer zuerst war. Ich bin immer der Meinung, solange man irgendwas an dem Produkt verbessert oder verändert, ist das okay. Sehe ich das jetzt bei dem Kopf im Vergleich zum UPG eher eingeschränkt. Aber was ich auch dazu sagen muss, man bekommt den UPG einfach nicht überall. Und man bekommt das Ding für 9 Euro mit Amazon Prime innerhalb von kürzester Zeit direkt an die Haustür geliefert. Deswegen, das haben sie auf jeden Fall besser gemacht. Der Kopf allerdings ist sehr, sehr identisch zu dem UPG. Der UPG war auch schon ein hervorragender Kopf. Von daher passt das alles sehr, sehr gut. Es ist auch wie beim UPG, also der Darkseid läuft wunderbar. Ihr habt kein Drücken, ihr habt kein Kratzen. Es läuft absolut tipptopp. Ich zeige euch nochmal die Rauchentwicklung, jetzt nachdem das Ganze eine halbe Stunde lief. Absolut wunderbar. Dafür, dass da zwei Kohlen drin sind, auf jeden Fall hervorragend. Also, es ist genau wie beim UPG. Und man bekommt ihn für weniger Geld, ohne Versandkosten, direkt nach Hause. Deswegen, auf jeden Fall schon ganz nice. Wenn ihr Interesse an dem Ding habt, checkt auf jeden Fall mal unten den Link ab. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich denke, das wird sich auch über die nächsten Köpfe noch bewahrheiten. Mittlerweile kann ich das ja ganz gut abschätzen, wie sich Sachen so über die Zeit hinweg verhalten. Was ihr natürlich nicht vergessen dürft bei so einem hellen Kopf. Er wird sich verfärben. Das ist aber ganz klar. Der ist unglasiert. Da ist nichts drüber. Das ist einfach nur reiner Ton. Und wenn ihr da dem Molaste Hitze gebt, dann wird die sich ein bisschen in den Kopf festbrennen. Mich stört das allerdings nicht, dass ein Kopf dann irgendwann so aussieht. Das ist halt einfach ein Gebrauchsgegenstand. Und ganz ehrlich, wenn es euch stört, für 9 Euro, dann holt man sich alle paar Monate halt einen neuen. Ist auch nicht so wild. Also, ich bin auf jeden Fall bis jetzt sehr, sehr zufrieden mit dem Teil. Er funktioniert hervorragend. Er funktioniert genauso gut wie der UPG. Er hat keine Nachteile. Er hat aber auch keine krassen Vorteile, außer dass er günstiger und besser verfügbar ist und direkt zu euch nach Hause kommt und ihr keine Versandkosten zahlt, wenn ihr Prime habt. Also das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr nice. Und der Kopf funktioniert hervorragend. Also wenn ihr noch auf der Suche nach einem guten Kopf für Darkseid seid, kann ich euch den von M. Rosenfeld auf jeden Fall bestens empfehlen. Falls ihr das Video bestens empfehlen könnt, würde ich mich noch sehr, sehr gerne über einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin macht's gut. Eure Shisha WG